Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Gonzo, das ist natürlich ein Spitznamen, Michael Behrendt ist der Bürgerliche, den kennt sowieso kein Mensch und meine Aufgabe ist es hier heute Techniken aus dem Jiu-Jitsu zu zeigen, das heißt also Handhebel ist das Thema des heutigen Tages. Dreh raus, dreh raus, heb deinen Ellenbogen, heb deinen Ellenbogen, heb deinen Ellenbogen, dann denkst du dir, du hast so ein Schraubglas in der Hand und dann schiebst du dich an die Hände hin. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, ganz klar. Mein Name ist Heiko Schönborn und bin Braungut im Brasilien Jiu-Jitsu. Die reale Selbstverteidigung ist stehen kämpfen, werfend und der Bodenkampf. Und halt um real zu kämpfen, muss man eigentlich alles können. Schlagen, treten, werfen, Bodenkampf. Ende. Hallo, mein Name ist Justo Dieghez, ich bin der Fünder von KFN. We use different ways for a ride to any situation. One is about the first body mechanic, second is about the brain, and the third is about the attitude, the instinct. One, two, and this broken. Ich bin Joachim, ich bin 25 Jahre alt und ich speziell gebe heute den Escape Workshop. Wir sind über die Zäune gesprungen, haben ein paar kleine Sprints eingelegt, haben geübt, wie wir Leuten ausweichen, ein bisschen in Kombination mit Kampfsport. Ich kombiniere gerne, ich kombiniere gerne Fluchtelemente mit Kampfsport. Ich bin Steve Hansche, ich bin der Inhaber und Mitbegründer des Kampfkunststudio Kors in Berlin. Und dann werden wir noch Griffmager immer präsentieren. Da wird es dann hauptsächlich um Bedrohung, Messer hin, Fluchtausbedrohungen, schnelle Bewältigung einer Bedrohungssituation. Alle Infos auf fight24.org und in vier Wochen eröffnet ja der neue Großflughafen Berlin-Schönefeld. Wer weiß, vielleicht braucht man auch da ein bisschen Kampfkunst, um zurechtzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020